Yo, Freunde! Ja, durch meinen Absturz im letzten Part sind wir wieder hier gelandet. Das bedeutet, wir müssten wieder das Spiel laden. Nein, nicht hier. Wo? Statistik? Einstellung Spiel, Spiel laden, doch hier. Das hier. Ui, 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 Freunde, wo muss ich da hin? Bei welcher Brücke muss ich das machen? Habe ich das schon gemacht? Ich meine, ich hätte ja schon zu Beginn fünf Brücken gehabt. Ui, 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 was war das jetzt, Freunde? Was war das jetzt für eine Brücke, die ich schon da... Aber da bin ich doch bestimmt noch nie im Leben drunter durchgeflogen. Ich meine, klar, wo dann der See ist und sowas, da bestimmt schon. Fluss oder Teich oder sowas, da bin ich bestimmt noch durchgeflogen auf Fluchtmissionen und sowas. Aber da doch bestimmt noch nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber da sind so viele Brücken. Wo soll ich denn da durchfliegen? Durch alle? Hm. Mal sehen. Also, ich weiß, also ehrlich zu sein, Freunde, ich bin da jetzt ein bisschen sprachlos drüber. Weil ich da echt nicht weiß, was ich da jetzt machen soll. Jetzt habe ich Spiele angemacht und komm, hat mir auch nichts gebracht irgendwie. Da ich im Stripclub bin. Dann halt so, Michael, mein Gott, da machen wir es halt so. Natürlich damit halt da zum Hubschrauberplatz fliegen oder zum Heliplatz und dann mache ich das damit. Oh, ich hätte natürlich auch gucken können, wo dieser Dings ist, dieser Buzzer. Egal. Wie komme ich denn da raus? Hier. So, markieren wir das erst mal. Hier. Kein Auto da oder was? Tatsache, kein Auto da. Aber hier vor der Tür ist ja bestimmt ein Auto. Ja. Si, 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 si. Was mit dem ist? Der kann doch vorbeifahren. Wo ist an dem sein Problem? Hat der Lack gesoffen? Los Santos halt. Los Santos halt. Das war es jetzt auch nicht geplant. Ich fahr aber auch echt krepp gegen alles, was nicht auf Bäumen ist oder so. Was wie ein Bauma aussieht. Tja. Obwohl, dem und ich auch noch umfahren. Das ist ja... Was ist denn Krankheit von mir? So, mein lieber Frogger, oder? Was ist das? Das ist ein Frogger. Jawohl, mein lieber Frogger. So, dann versuchen wir mal unser Glück. So, die erste müsste hier sein. Da geht's gleich weiter. Könnt ihr nicht da, da und da machen? Das sind drei Stück, Freunde. Dann wollen wir mal, Freunde. Eins, zwei, drei. Jawohl. So. Obwohl, schnell speichern bringt ja eigentlich nichts, wie wir schon gesehen haben. Aber ich mach's trotzdem mal. So, das nächste wäre dann... Gleich hier etwas. Ich guck trotzdem mal. Tatsächlich da. Da. Und hier. Also dann geh ich irgendwann den Fluss hier lang fliegen. Und weiter den Fluss. Als weiter den Fluss. Das sind mich die ganzen Brücken eigentlich, die gut auch durchzufliegen sind. So, okay. Jetzt sind wir hier gelandet, Freunde. Der nächste wäre dann... Ich hol erst mal den hier. Weil dann ist der nächste dann hier. Aber dann muss ich da nicht mehr hin. Wisst ihr, wie ich mein? So, boah. Das ist noch eine... Komm, das schaffe ich doch. Die Brücke schaffe ich doch wohl. Die Brücke schaffe ich doch hoffentlich. Die müsste ja auch bestimmt schon durchgeflogen sein, Freunde. Das kann mir doch keiner erzählen. Wenn ich die noch nicht durchgeflogen bin. Dann Hut ab. Dann Hut ab, Neron. Dann machen wir hier. Vielleicht war das zu einfach. Deswegen muss ich vielleicht hier durch. Obwohl, da bin ich nochmal irgendwie... Da unten drunter. Da unten drunter darf ich jetzt durch, oder was? Wie soll ich das denn schaffen? Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Stopp mal. Ne, 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 ne. Die meinen noch bestimmt dahinter die... Nee, das gibt's ja nicht. Oder? Freunde? Das schaffe ich doch gar nicht. Das schaffe ich doch gar nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Hammer. Ich hab's geschafft, Freunde. Jetzt kommt das nächste Abenteuer. Was ist da mit mir los? Was ist denn mit mir los, Freunde? Was ist da los? Was ist da los? Hammer. Geil. Freut mich. Jawohl. Jetzt da wie so eine Art Kurve rum. Schüpp. Gibt auch ganz viele hintereinander. Leckt mich am Arsch. Geil. Von der... Hammer. Puh. Jetzt erstmal die Perspektive richten. Dann ab geht's, Freunde. Eins. Nein, das hat nicht gegildet. Das war jetzt... Dann müssen wir mal durch, wahrscheinlich. nicht. Äh. Äh. Jetzt lasse ich mir noch mal ein bisschen Zeit. Hä? Wenn ich das jetzt bekomme. Spieh ich nicht. Na ja, egal. Nein. Die ist doch... Die ist doch noch weiter als ich dachte. Die ist so eine Scheißbrücke. Sieht von hier aus so eine richtig... Wie so eine richtig dünne aus. Aber die hat richtig in sich, die Brücke. Und jetzt geht's hier hoch. Da geht's auch immer den Fluss lang. Bis... Sogar nach hier oben. Aber ich muss erstmal... Ich muss mich links lang. Sogar nach hier oben. Auf geht's. Sogar nach hier oben. Hier geht's nochmal hoch. Gut. Eins. Zwei. Ich bin schon schon die rum... Also durchgefahren. Geflogen. Gefahren. Da auch noch nicht. Da auch noch nicht. Da auch noch nicht. Okay. Da auch noch nicht. Da auch noch nicht. Jetzt kommt es... Jetzt wird's knifflig, Freunde. Das ist nicht geschafft. Wieso nicht geschafft? Wieso nicht geschafft? Oder zählt das nicht? Weiß nicht. Ich bin klar. Das ist Adrenalin, Freunde. Das ist Adrenalin. Ne, das zählt gar nicht. Erst die geht's wieder weiter. Die zwei hier. So, hier. Hallo? Äh. Vielleicht hier links. Da könnte ich so einen Hull schaffen. Also sieht mir auf jeden Fall ein wenig breit aus wie... Das geht doch gar nicht, Freunde. Wie will ich da durchkommen? Wie will ich denn da durchkommen? Wie will ich... Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen, Freunde? Okay, ich jetzt mal alles hier. Wie soll ich das denn schaffen? Die zwei da hinten. Hm. Ist ja auch irgendwie beschwert, dass ich immer wieder von hier anfangen muss. Sorry, Braut. Aber wie soll ich, äh... Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Ich bräuchte irgendwie so einen Heli, der nur einen Platz hat. Ich meine, ich könnte es doch mit Flugzeugen machen, aber wie soll ich dann... Ein Messerflug vielleicht, ja, aber... Äh, nein. Flugzeuge? Klar, wenn ich über Los Angeles liegen will, nehme ich so ein Flugzeug, aber... Dann halt für Unterbrücken durchfliegen. Nein, Freunde, nee. Das könnte ich doch nicht von mir verlangen. Was hat eigentlich die Uhr? Ja, 60 Minuten, 17 Minuten. Vielleicht soll ich mal einen anderen nehmen. Maverick. Zwift. Oh, nein. Okay, der ist so groß. Da komme ich nirgendwo durch. Ich meine Maverick an. Ich versuch's mal. Der hat nur zwei Rothauern. Dann geht das vielleicht besser. Gute, was mach ich, Freunde? Versuch ich das nochmal? Wieso, das geht doch nicht. Der hat Tempo. Das ist gut. Wie von dem einen Idioten einfach abgeflogen sind. Er ist einfach abgegangen. Wim, tot. Oh, Mann, Freunde. Da durch und da durch, Freunde. Ach, hier ist auch... Hier ist auch der Buzzer irgendwo. Hier ist das nämlich, was ich noch nicht geredet hab. Hier. Dann ist hier irgendwo der Buzzer. Den such ich gerade mal, Freunde. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. So. Wo ist der denn hier? Ich bin nicht so. Flugzeugähnliches Viech. Naja gut, dann ist es halt so. Hier ist doch keiner. Egal, egal jetzt Freunde. Ich will die Zeit jetzt hier im Part noch nicht damit verschwinden, die Buzzer jetzt hier zu suchen. Dann machen wir uns jetzt hier auf die Socken. Die Socken. Wir versuchen das hier nochmal. Ich muss aber ehrlich sagen, der macht wirklich einen, wirklich schmaleren Eindruck, wie der von eben. Denn wie der Frogger. Aber ob es reicht, weiß ich nicht. Ich meine, wie will ich da denn durchkommen? Ich meine, klar, mit viel Zeit und Geduld, aber... Guck mal, meine Rotatoren sind doch schon fast so breit wie das Ding. Der kommt ja gar nicht durch. Wie soll das denn funktionieren? Wenn ich da voll Karacho draufheiz... Das ist ja auch nichts. Zum Gegenteil. Ne, meine Rotatoren sind so dick wie das Ding. Das geht auch. Ne, das kann ich vergessen. Äh, die Uhr sagt 22 Minuten, das probiert. Das heißt, ich probiere hier nochmal durchzufliegen. Ähm, hier. Da gibt's auch wieder drei. Beziehungsweise zwei hier war das Schwierige. Aber gut, wenn die Rotatoren natürlich dicker breiter sind, wie bei dem anderen, dann nutzt das für mich eigentlich jetzt schon gar nicht mehr, hier weiterzumachen mit dem. Jetzt bin ich halt schon mal gerade dabei. Ne, jetzt kann ich das auch mal versuchen. Sterben tun weh, all. Lassen wir ja ruhig braun. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig braun. Die senkt sich so ein bisschen, das ist ein Problem. Das schaffst du mit dem einfach. Die sind, denn seine Rotoren sind viel zu breit. Das kann ich vergessen. Kannst du mit dem sowas von vergessen? Hier sind so viele Brücken, ich weiß gar nicht, wo ich hier durchfahren soll. Wo soll ich denn hier durchfliegen? Hier ist alles eine Brücke. Keine Ahnung. Einfach keine Ahnung, Freunde. Ich hol mir einen anderen Flieger. Das macht mit dem so viel Sinn wie... Keine Ahnung. Wie wenn ich mit Fliegen rede? Da komm ich nicht weit. Das hat so gut angefangen, der Part. Oh nein, da muss mir da jemand was vermiesen. Wie soll ich denn da durch... Ich verstehe, wie ich durch diese Brücken da alle kommen soll. Durch diese Zweite auf jeden Fall. Wie soll das denn gehen? Ja, der macht doch nicht mehr da mit, Freunde. Ja, der macht doch nicht mehr da mit, Freunde. Ja, der macht doch nicht mehr da mit, Freunde.